im hier trifft die das nicht ne kann das sein mach ich weiß gar nicht wieviel Schaden das überhaupt macht so ah ok ich muss wirklich den Kopf treffen mit ihm na komm ne geh ich nicht mehr hin boah mühsam ernährt sich das Karnickel hier ey ahja das hat jetzt ganz gut Schaden gemacht würde ich sagen ach hör doch ab mit dem scheiß Gift du blöde Anaconda ey komm Aua jetzt trifft die mich auch noch ja merkste ist nicht so der Fahrer ne mh mh geht die mir um den Sack ey boah ist doch ein Bug ich krieg guck mal ich krieg von hinten die ganze Zeit Schaden ich hab die ganze Zeit von hinten Schaden bekommen wie werde ich das denn jetzt machen sollen da war doch jetzt lächerlich und das war gerade auch schon mal boah jetzt muss ich die wieder so lange machen ja komm mach deinen dramatischen Entry mach alles kaputt hier weißt du so ein scheiß Haustier ja 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 Das ist nicht gut. 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 getötet. Oh, schade. Ich hätte das jetzt gerne mit einem Uppercut geschlossen, das ganze Ding. Und tot ist er. Endlich durchatmen wir da. Krass, ey. So, dann kommt jetzt eine etwas länger ladende Filmsequenz, wahrscheinlich, ne? Warte, pass auf. Da ist sie. So, dann geht's. Das war das, was sie benutzt, um den gigantmetallischen Viper zu kontrollieren. Ich wusste nicht, was sie getan hat, aber eine fehlende Explosion folgte und wir waren schnell durchflogen. Es sah nicht so, als ob wir irgendwo zu gehen hatten. Rundell schaubte Rundell seine Kanon an die Wände in fronte uns und brachte ein Halt durch. Far below, sahen wir unser Ticket aus diesem Ort. Wir schaubten. Sonst ist meine Nase gleich ganz super ätzend, ey. Sorry. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht so einen Niesflash gleich hier. Halb drei oder so haben wir jetzt, glaube ich. Ah, ein Zug. Okay, Niesflash incoming. So. Und ja, ich nehme immer auf. Meine Fresse. So, es gibt Tutorial. Ich will da drüber springen. Jetzt haben die schon hier so Schilde. Oh, eine Katze. Mein Gott. Ist mir hart am Sack, ey. Dein Kackschild. Jetzt bist du immer noch nicht tot aus. Mah. Ätzend. Boah. Boah. Wie der manchmal einfach den Doppelsprung nicht nimmt, ne? Lol. Achso, ich muss nur springen. Oh. Es war so einfach, aber ich habe gedacht, äh. Ne? Ich habe einfach gar nicht gedacht. Ich habe nur gemacht. Ja. Ja. Da, die Pumpe, die löst das Problem schon. Psch, psch. Da sterben sie alle weg. So einfach ist das. War das halt hier ein Zirkuswaggon oder was? Ah, das ist ja gar nicht so schwer. Okay. Kann ich hier eine Jukebox machen? Nein? Toll. Also die Katzen, die können nicht viel irgendwie. Unschön vollgelutscht wieder. Den Katzen ihren Lebenssaft ausgesaugt. Äh, ausgesaugt. Mein Gott. Ja, hier fliegt alle weg. Oh, 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 oh. So. Und wieder voll. So. Jetzt muss dein Schild nur noch weg. Ja, nach dem Sensenschlag musst du ja auch tot sein eigentlich.